Moinsen, was geht ab liebe Zocker? Agri für euch am Start. Wir spielen eine Runde Squadron Tower Defense. Ja, ich spiele gegen meinen Kollegen hier. Also One vs One. Ich gehe mal auf Arcade Modus, dann auf Custom. Was haben wir hier? Leutnant. Oh fuck. Leutnant, wo ist er? Wo ist denn der Leutnant? Captain, nee. Wollen wir nicht. Alter, verarschen. Schon so lange nicht mehr gespielt. Leutnant, da ist er doch. Genau. Okay, und dann starten wir das Ganze mal. Schön 3x Modus. Wir nutzen hier erstmal den Composer und machen hier direkt mal das Upgrade. 3x ist natürlich nice. Gucken, was er sich jetzt hier Schönes holt. Was schicken wir denn mal rüber? Roach oder gleich Titan Streeter. Gucken wir mal. Na, ich denke erstmal eine Roach. So, da unten ist er. Das sollte laufen. Ja, Standard. Kostet er sonst nicht 100? So, ähm. Jetzt können wir warten. Können wir uns direkt gleich einen Warden holen. Jetzt können 45 Lava Crawler. Die sollten wir aber eigentlich auch wegkriegen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube zwar schon, aber... Wie gesagt, bin mir nicht ganz sicher. Wir probieren es einfach. Nächste Runde dann Warden. Na, das wird schon knapper, definitiv. So, dass die natürlich schon sehr ämbar ist. 14 Kills. Ja, das könnte was werden. Regeneriert sich jetzt ja gleich noch einmal. So, jetzt rätzt er sich. Ich meine, knapp, aber... Ich denke, bleiben wir schaffen. Jo, easy. So, schönes Ding. Die blöden Kühe kommen jetzt. Ähm. Da holen wir uns direkt Warden. Und machen hier direkt Speed Up Create. Und direkt nochmal Doppelgas hinterher. Und was schicken wir gleich mit? Mal gucken. Hab hier vielleicht oder so. Und dann Titan. Nö, ich glaube nicht. Ich glaube, wir warten noch ein bisschen. Okay, jetzt müssen wir gleich was kaufen. Minus 12%. So, jetzt. Oh, da liegen wir. Oh, da liegen wir. Direkt liegt. Fick die Wand an. Ah, der Tor jetzt verschaffen. Aber ist echt gut was durchgekommen. Na, drei Leben mehr reicht schon. Ja. Oh, hält der was aus. Und dann müssen wir hier noch mal ein bisschen rumtricksen. So. Sieht da schon besser aus. Fuck, ey. Ich hab voll auf die Fresse gekriegt. So, In-Kampf von neun habe ich jetzt schon. Boah, diese Titan, ne? Die schieben sich hier, aber... Die schiebt da hier gut weg alle. Mal, haben die den schwächer gemacht? Jo, da kommt auch gut was durch. Mist, ey. Da warst du ja schon der Heile hier. Haha. So. Elite worden. Jetzt ist er am Start. Was sollten wir wohl jetzt schaffen? Ach, jetzt kommen die Overlords. Ja, gar kein Problem. Gar kein Problem. So, dann holen wir uns hier erstmal... ...526 Extreme Healing dazu. Overlords sind echt billig. Wenn ich das jetzt verkacken sollte, ey, dann... ...gehe ich direkt instant raus. Ich gebe aber nicht... ...nicht mal... ...nicht davon aus, dass es jetzt so sein wird. Nein, das ist... ...ich denke, das sollte passen. Ah, ich bin auch glücklich. So. Wo wäre der denn hin, der Overlord? Oh, was? Preserver vielleicht jetzt mal. Oh, ein bisschen Infanterie. Genau, dann holen wir uns ein Zeus. Jetzt müssen wir gleich erstmal upgraden hier. Supply, das machen wir jetzt auch noch direkt. Und dann schicken wir gleich mal ein Maron mit rüber. Oh, was ist denn da? Boah. 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 ja nicht so gut aus. Erstes Dauern. Ich bin doch der fucking Elite worden da, ey. Vermutlich ja. Komm schon! Nein! Ach, du ahnst es nicht, ey. Scheiße. Scheiße. Ein paar Upgrades habe ich ja jetzt schon. Nicht einmal! Nicht einmal haben die Roaches Schaden, beziehungsweise konnten sie Schaden und meiner guten Security-Einheit machen. So, jetzt kommt der hier noch. Jetzt kommt Siloten. Das wird auch nicht besser. Ich glaube, ich verkack das jetzt hier gerade. Ja. Ja. Ja, und wieder League. Die Elite-Worten, die geht nicht mehr so ab. Ach, Mann. Ah, zu früh hast du es geholt. Aber dafür nur drei. Ja. So, packe ich dann Spawn of Dragon, Rinter, 8e Welle, vielleicht können wir den ja gleich sogar noch bauen. So, mit Dragon Expect, 320 Öcken im Angebot. Ja, Grim Reaper sollte ich jetzt eigentlich platt kriegen. Eigentlich schon. Das hört sich gut an. Ja, der Dragon, der geht halt. So, schön herangenommen. Exotics und dann, ja, dann wollte ich lieber noch warten. Wie teuer ist das denn hier? Kostet nur ein, das Ausbauen. Schön. Schön. Hm. Hm. Oh ja. Nein. Ah, Alter, die Queen, ey, jetzt gibt's einen Tink. Ja, ja. Ruf auf, die Queen. Bam, Headshot. So, Dragon Aspect. Das brauche ich bis Match of Play. So. Denk und den Titan vielleicht noch. Jo. Ja, jetzt krieg ich das glatt. Das war jetzt mal easy. Das war jetzt mal fett Upgrades. Der Dragon hat auch ordentlich geohnt. Oh, der Gravekeeper ist auch ganz nice. Schönes Ding. Ich brauche noch ein paar Mad Dragon Aspects. So. Das läuft schon mal. Dann hole ich mir hier lieber nochmal so, was schön ist. Ich habe den Producer noch dazu. Ja, Sebastian hat bestimmt schon ein paar mehr Upgrades. Wenn er hier schon sich die Queens holt für 250. Und die Kollegen hier, die Power Mortals. Ja, scheint aber auch noch alles easy zu sein. Benötige weitere Depots. Ach, Mann. Toll, jetzt fehlt mir bitte die Kohle, ne? 13 und 3-fach Speed, ey. Krass. Ne, dann mache ich jetzt auch noch was hier. Was kommt denn jetzt? Brutlord, jo. Schicke ich auch noch einen Brutlord beim Brutlord mit am besten. Jetzt kommt ein Uli. Und ich habe auch, Mann, ey. Oh, der hat schon 25 in den Reihen gebracht. Boah, der Dragon Aspect, der geht ja sowas von steil. Und direkt noch einen. Subcannons bauen wir nochmal aus. Das kann nämlich später auch entscheidend sein. Oh, jetzt kommen die Immortals. Ich hasse es. Oh, kein Problem. So, was kommt jetzt? Ah ja, ich sag's ja. Die ist immer heftig. Das kann schon gewesen sein. Ah ja, ist nicht so gut aus. Er schafft aber noch. So, 499. Jetzt kommt auch direkt der Olifant. Vielleicht noch in Borden dazu. Was kommt denn jetzt überhaupt? Lurker. Lurker kommen. Okay. Machen wir nochmal Healing drauf. Machen wir nochmal Upgrades. Ah, die drüben Aspects die Ohren. Machen alles klar hier. Ach, die beiden. Die sind immer am Start. So, noch ein Lurker. Äh, noch ein Uli. Ach, das war's doch jetzt schon, ne? Ah, das könnte's gewesen sein, ja. Na, weiß aber, was man hier angreifen muss. GG! Woohoo! Sieg! Nice! Ah, dann schauen wir mal rüber. Ah, GG. So. Muss mal rausgehen. Auch all so ein Ründchen könnten wir eigentlich noch. Aber ich mach jetzt hier erstmal einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Agri out. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zöckeln. See you!